hallo liebe freunde ich begrüße euch zu diesem blackout video ja wie ihr sehen könnt bin ich wieder mal sehr gut drauf weil eigentlich wollte ich ein anderes video machen und habe mein handy kurz gecheckt und da ist mir eine meldung reingeflattert ja die muss ich euch unbedingt präsentieren denn wenn sie mich zum lachen bringt dann hoffe ich dass sie auch für euch einigermaßen witzig ist und zwar ist eine meldung aufgetaucht dass es jetzt eine online seite gibt auf der man checken kann wenn bei einem zu hause der strom ausfällt also also für diejenigen nicht checken dass zuhause der strom ausgefallen ist die können dann ins internet schauen wo gerade der strom ausgefallen ist und zwar ist das eine live stromausfall seite natürlich kann die seite noch ein bisschen mehr außer dass man sich darüber lustig machen kann die kann nämlich auch geplante stromausfälle anzeigen dann nicht im großen stil keine angst so etwas würden sie natürlich nicht ankündigen sondern da geht es eher um so kleine örtliche stromausfälle beziehungsweise eigentlich stromabschaltungen so wie es genau genannt wird und zwar wenn beispielsweise irgendwelche wartungsarbeiten anstehen oder keine ahnung irgendwo ein kleiner stromausfall ist beispielsweise bei einem sturm und da hatten wir ja einige in den letzten tagen so etwas kann durchaus sinnvoll sein allerdings jetzt in bezug auf etwas größeres was wirklich länger dauert ein blackout zum beispiel ja in diesem bereich scheint es dann eher sinnlos zu sein warum naja checken kann man das ganze dann eigentlich nur mehr über laptop oder handy oder pc nachdem bei einem flächendeckenden stromausfall innerhalb kürzester zeit auch das internet mit sehr großer wahrscheinlichkeit nicht mehr zur verfügung steht scheint mir das ganze eher ein bisschen komisch zu sein also für kleinere stromausfälle man muss man schon ganz ehrlich sagen wenn irgendwelche wartungsarbeiten oder was ähnliches ist ich weiß nicht wie es in euren gebieten ist aber in linds beispielsweise wird das sehr sehr oft insbesondere bei mehreren wohnparteien angekündigt dass es eine stromabschaltung geben kann beispielsweise aufgrund von einer baustelle aufgrund von wartungsarbeiten oder irgendwas ähnliches da brauche ich tatsächlich nicht extra ins internet zu schauen und wenn etwas größeres daher kommt wie beispielsweise ein wochenlanger blackout dann brauche ich augen eigentlich auch nicht ins internet reinschauen weil man sieht ja sowieso nichts also das internet wäre ja innerhalb kürzester zeit weg soweit mir das jetzt bekannt ist sind die meisten masten also die meisten sende masten für kaum länger als 24 stunden gerüstet ich habe mal irgendwo gelesen dass einige auch für 48 stunden gerüstet sind ob so einer in meiner nähe ist kann ich nicht einmal genau sagen das heißt ich muss ohnehin davon ausgehen dass eigentlich keine information zur verfügung steht was auch interessant ist etwas was sich nämlich nicht mit den aussagen der polizei oder des bundesheeres oder des katastrophenschutzes deckt und zwar steht auf dieser seite wenn man keinen strom hat dann soll man beim stromanbieter anrufen also eigentlich genau das gegenteil von dem was die anderen sagen steht dann auf dieser seite etwas komisch etwas verwirrend weil nämlich ausgesprochen solche informationen normalerweise auch vom stromanbieter insbesondere wenn es sich um einen flächendeckenden blackout handelt gar nicht beantwortet werden können abgesehen davon dass auch die stromleitungen entschuldigung ich wollte sagen die telefonleitungen wahrscheinlich innerhalb kürzester zeit ohnehin zusammenbrechen weil jeder irgendwo anruft und wenn sie nicht zusammenbrechen dann höchstwahrscheinlich innerhalb kürzester zeit ebenfalls keinen strom mehr haben und demnach auch gar nicht mehr funktionieren ist das jetzt nicht unbedingt der allerklügste rad genau aus diesem grund haben ja die meisten prepper gruppen und teilweise sogar schon ich sage mal Ortsgruppen die sich teilweise auch ein bisschen mit diesem prepping beschäftigen funkgeräte zur verfügung dass man damit allerdings keinen stromanbieter anfunken kann sollte eigentlich auch jedem klar sein ich glaube da sind wir alle ziemlich auf einem niveau und dass man dann lieber schaut insbesondere in seiner umgebung mal sich ein bisschen umhört schaut wie weit die sind schaut wie weit die unmittelbaren nachbarn sich vorbereitet haben ja außer man will mit denen keinen kontakt haben aber ich halte das für früher oder später insbesondere wenn es um einen längerfristigen blackout geht sowieso für unumgänglich weil die dann ganz einfach vor der tür stehen und möglicherweise um hilfe fragen wenn sie sich eben nicht vorbereitet haben ich glaube persönlich auch nicht dass es so extrem viel sinn macht sich von den anderen abzugrenzen weil man sich eben selber sehr gut vorbereitet hat vielleicht sogar für mehrere wochen möglicherweise sogar monate während sich die anderen eben genau nicht vorbereitet haben und hilfe brauchen in diesem speziellen fall also eines langfristigen blackouts glaube ich dass man alleine sehr sehr schnell probleme bekommt insbesondere mit leuten möglicherweise mit gruppen die um ihr leben fürchten weil sie sich eben genau nicht vorbereitet haben und sich einfach nur weg zu sperren und schauen dass möglichst niemand rein kommt ist meiner persönlichen meinung nach keine dauerlösung ich setze auch in diesem fall genauso wie bei sehr vielen anderen ideen auf die gemeinschaft und hier sollte es meiner meinung nach normal sein dass man sich gegenseitig hilft dass man sich gegenseitig die hilfe auch anbietet und schaut dass man gemeinsam in möglichst gut organisierten allerdings kleinen gruppen durch diese blackouts durchkommt und ich glaube auch dass es notwendig ist dass man es ein bisschen anders angeht als die offiziellen stellen uns das vermitteln wollen denn genau die wollen ja dass wir uns selbstmöglichst nicht untereinander organisieren aber selbstmöglich vorbereitet also praktisch individuelle vorbereitung ist offensichtlich deren idee und das halte ich einfach für blödsinn individuelle vorbereitung ist gut ist notwendig weil man kann sich nicht vorbereiten und dann 100 oder 200 andere leute durchführen das ist einfach nicht möglich aber sich individuell vorzubereiten aber trotzdem in einer gemeinschaft das wäre meiner persönlichen meinung nach der richtige weg also genau das was wir in den letzten jahren so richtig verlernt haben weil wir die ganze zeit ausschließlich auf die individualität geschaut haben und gesetzt haben und gehofft haben dass das der weg ist und das ist es nicht also das ist es weder im berufsleben das ist es auch nicht in im privatleben einige machen es zwar und bis zu einem gewissen grad machbar aber wenn man drauf schaut sind große ereignisse wie beispielsweise ein blackout alleine nur sehr sehr schwer oder vielleicht sogar auch gar nicht zu bewerkstelligen also umso mehr man in einer stadt lebt umso schwieriger umso mehr man am land lebt und man ohnehin weiß dass der nächste nachbar ein paar kilometer weg ist und man ohnehin weiß dass man auf sich selbst eingestellt ist da ist es dann vielleicht noch eher machbar ein blackout experte der mal bei auf 1 im letzten jahr ein interview gegeben hat der rechnet ja zuerst damit dass die städte im prinzip geplündert werden und dann die stadt leute aufs land rennen und dort zu plündern anfangen also einfach nur am land zu leben ist mit sicherheit auch nicht die lösung insbesondere wenn es länger dauert weil irgendwann ist sozusagen im wahrsten sinne des wortes das essen in der stadt zu ende und dann werden die stadt menschen zu landräubern unter anführungszeichen ich wäre eher dafür dass man sich individuell vorbereitet dann allerdings auch als gruppe organisiert und dort nochmal vorbereitet und dann sollte man durchaus einige wochen vielleicht sogar monate durchkommen können ohne dass einer dem anderen unbedingt umbringen müssen muss oder irgendwas wegnehmen muss und deswegen bin ich gerade dabei einen eigenen verein zu gründen ich weiß nicht ob ich schon mal in einem der letzten videos angesprochen habe nämlich den verein ziviler katastrophenschutzverein und wir werden in linz damit anfangen ortsgruppen mäßig solche gruppierungen aufzubauen und versuchen so viele leute wie möglich darauf aufmerksam zu machen auf der einen seite dass es uns gibt und auf der anderen seite dass die dann auch wirklich mitmachen sodass der verein ein ja ich sag mal vorsichtig eine gruppen mäßige schutzhülle über links drüber stülpt sodass keiner amok laufen muss wenn tatsächlich ein blackout daher kommt in weiterer folge ist natürlich das ganze flächendeckend vorgesehen aber ich möchte das einfach mal in linz probieren weil ich denke dass es in oberösterreich genau die stadt ist die am schlechtesten vorbereitet ist auch wenn es hier ein paar brettbar gruppen gibt auch in trauen gibt es eine aber in der summe der menschen sind diese brettbar gruppen verschwindend klein und von seiten der regierung oder von seiten des zivilschutzverbandes sehr hier sehe ich hier momentan überhaupt keine ambitionen dass etwas gemacht wird und das ist mir einfach zu wenig wenn man bedenkt dass es inzwischen eben genau solche seiten gibt wo eben angekündigt wird dass stromabschaltungen gemacht werden können da braucht nur was daneben gehen und dann ist nicht eine straße dunkel sondern ein ganzer stadtteil oder vielleicht sogar die ganze stadt im übrigen gibt es sogar eine seite die habe ich in deutschland aufgeschnappt in österreich auf diese art und weise noch nicht aber in deutschland spricht man sogar ganz offen darüber wenn irgendwo eine art stromknappheit entsteht dann entscheidet man sich lieber für ein brownout als für ein blackout und ich glaube das muss ich den meisten nicht extra erklären einfach nur um es zusammenfassen zu fassen für diejenigen die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben ein brownout ist eine gezielte stromabschaltung und die kann sogar ein ganzes bundesland erfassen also hier spielt man mehr oder weniger schon im vorhinein mit der idee wenn irgendwo also die begründen das natürlich mit stromknappheit entstehen sollte dann hängt man einfach ein ganzes bundesland vom stromnetz ab und lässt dort das stromnetz im schlimmsten fall kollabieren oder dreht es ganz weg und das ist eigentlich eine sehr erschreckende nachricht weil wer bestimmten wann wo eine stromknappheit vorhanden ist also ich finde das eher schon als fast schon als ankündigung für eine gezielte stromabschaltung es steht nichts genaues drinnen wie lange das ganze erfolgen soll einfach mal auf verdacht irgendwo den strom abzudrehen finde ich allerdings mehr als bedenklich ich wünsche euch auf jeden fall einen schönen nachmittag bis bald eines wollte ich noch kurz sagen falls jemand doch diese seite anschauen will ich werde sie unten reinpacken in die infobox bis bald